Hallihallo YouTube und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Assassin's Creed 3. Wir machen weiter mit unseren Siedlungsmissionen. So, schauen wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Was der Achilles für uns hat. Einzel des Landhauses. Connor, komm mit mir nach unten. Soll ich etwas suchen, das vielleicht dorthin passt? Keine Eile. Am Ende wird sich das richtige Stück schon finden. Wie du willst. Da ist eine Truhe in einer Höhle am Rand des Grundstücks. Könntest du sie mir holen? Ich würde ja selbst gehen. Mit diesen alten Knollen geht es nicht mehr. Hm. Nimm Norris mit dir. Ein großer Fels blockiert den Höhlen an. Du wirst ihn irgendwie beiseite halten müssen. Und dafür musste ich jetzt hier nach unten gehen. Dass man mir das sagt. Naja, gut. Die gehen gleich vorn raus. So, dann mal auf zum Norris. 460 Meter, alter. Die Siedlung, die sieht gar nicht so groß aus. Gut, schauen wir mal, was Achilles jetzt hier für uns hat. Was sich in dieser Truhe befindet. Die am Rande des Grundstückes sich befindet. Eine richtig schöne Siedlung hier. Schnauzefuchs. Das wollte ich jetzt zwar mit, aber gut. Super, die sind auch wieder da. New York ist befreit. Pennsylvania. Nehmer. Rande 9 ist der. Rande 8. den nehmen wir mit ja Autsch. Ja. Ich werde Sprengstoff mitbringen. Super. Mütig dich. Hat sie einen Mann? Keinen, von dem ich wüsste. Ich habe noch nie eine Frau gesehen wie sie. Ich würde sie gern besser kennen. Dann rede doch einfach mit ihr. Ich bin los. Hey, vorsichtig, dass Pulver doch nicht nass werden. Jetzt weiß ich, warum er mir geraten hat, dich mitzunehmen. Kein Problem. Wir sprengen ihn. Sie sind mein Gast. Geh in Deckung. Hey. Das hat diese Sinn. Vielen Dank. Sieht nicht so. Sir. Oh je. Oh je. Was ist das, was ist das, was ist das? Auch hier, wer versteckt würde sowas in so einer Höhle, Alter? Ui! Alter! Alter! Leck, ich verarsche! Und jetzt? Ich will mich verarschen. Geht's denn raus? Das wird arschklapp. Schneller, komm mal! Na gut, so knapp wird's dann doch nicht, glaub ich. Nee, gut. Ich dachte, das war knapp. Oh ja. So, aber hier nehmen wir jetzt die Schnellreisestation. Jetzt ist das hier nicht verfügbar in der Mission. Ich kann's nacken. 500 Meter zurückstiefeln. 500 Meter zurückstiefeln. Dann bräuchte ich vielleicht mal ein paar neue Kugeln. Escape. So, cool. Die haben Dingsbums befreit. Ja, und wir befreien damit weiterhin... ... 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 Pennsylvania. Der eine wird auch bald Assassine. Ich war's. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr lang her. Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Schäker? Leider haben wir den jetzt immer noch nicht hier drin. Den kriegen wir, glaube ich, erst, wenn wir alle Siedlungsmissionen abgeschlossen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ein guten Auftrag erfolgreich. Schon wieder. So, geht es flott. Und los geht's. So, ich würde sagen, wir machen dann auch wieder eine kleine Pause. Weil, naja, das hat er jetzt noch relativ lange gebraucht. Wir gucken noch mal kurz. Nächste Siedlungsvision ist hier wunderbar. Gut, wir sehen uns an der nächsten Aufnahme.